Ist es eigentlich nur meine Herausforderung, gerade keine Produkte zu bekommen oder geht es der ganzen Branche und dem Markt ähnlich? Es ist einfach die Gelegenheit, Klickkosten zu sparen, das direkt wieder in Umsatz zu legen. Wir sind im, ich kann es euch leider nicht verhindern, Corona-Thema. Die Lager werden immer leerer. Wir bekommen sehr viele Rückmeldungen, dass im Bereich Möbel, Fahrräder, Fashion es Lieferkettenprobleme gibt, beziehungsweise auch Engpässe in der Warenbeschaffung. Das wird jetzt nicht nur an dem Suezkanal liegen und an der Schwierigkeit, dass die Container nach China nicht leer zurückfahren dürfen. Es liegt vor allem auch daran, dass es einfach global andere Herausforderungen nochmal gibt, Waren gerade zu produzieren und zu beschaffen. Inklusive der Engpässe, was auch Ressourcen angeht. Und es gibt aber eine Reaktion, die wir oder eine Handlung, die wir selber noch ausführen können, die Nutzer darauf vorzubereiten und trotzdem Bestellungen einzusammeln. Wir haben euch mal zwei Optionen mitgebracht. Die eine ist nicht neu, das ist Pre-Order. Die andere ist neu, Back-Order. Das gibt es gerade erst seit April dieses Jahres. Und was ist da eigentlich der Unterschied? Der Unterschied ist, bei der Back-Order ist die Ware derzeit nicht verfügbar, aber ist schon nachbestellt. Bei der Pre-Order ist die Ware noch nicht verfügbar, kann aber vorbestellt werden. Und hier sind es zwei Möglichkeiten, dann in einer Anreicherung des Produktdatenfeeds mit dem Verfügbarkeitsdatum Käufer schon mal einzusammeln. Das macht aber nur an der Stelle auch wirklich Sinn, wenn erstens Ehrlichkeit waltet, dass die Verfügbarkeitsdaten korrekt sind. Sonst schafft ihr euch eine ganz negative Reputation. Wir kennen das alle. Ich kann, wenn ich erwarte, dass es vier Wochen dauert und es dauert dann sechs, ist sehr ungünstig. Dann werde ich unruhig und fange natürlich auch an, im Wettbewerb zu schauen. Das Zweite ist, schon im Vorfeld auch zu schauen, wie agiert der Wettbewerb. Ist es eigentlich nur meine Herausforderung gerade, keine Produkte zu bekommen oder geht es der ganzen Branche und dem Markt ähnlich? Und das wäre unsere Empfehlung, wenn der Wettbewerb unter ähnlichen Herausforderungen leidet, arbeitet mit Pre-Order und Back-Order, informiert eure Kunden, dass Waren bald wieder verfügbar sind und schaltet dennoch Werbung, um Käufe zu erzielen. Und hier ist aber eine, sage ich mal, eine Best-in-Class-Option noch vorhanden. Bei dem allermeisten Content-Management-System ist es Standard, dass ich eine Info bekomme, Bestellung erhalten, die Bezahlung erhalten, die Ware wurde versandt. Danach bekomme ich einen Link und bekomme die Information als Käufer, wann erreicht mich die Ware. Aber dazwischen drin gibt es noch ganz viele andere Steps, wo wir daraus lernen können, die aber hochindividuell sind. Und das Beste, was man machen kann, ist dann gerade bei diesem Bereich Back-Order und Pre-Order, informiert eure Kunden über jeden Schritt. Im besten Fall. Die Ware wurde bestellt. Wie erwarten Sie, geht in vier Wochen in den Container. Die Ware ist im Container auf dem Weg nach Frankfurt oder wo auch immer. Und von Frankfurt aus ist es nachher dann im Verlade-Lkw auf dem Weg zur Verteilstation und wird dann DHL und Co. übergeben. Wenn ihr das schafft, habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, sehr viel Erwartungsmanagement bei euren Kunden zu betreiben und schützt euch vor negativen Bewertungen. Und jetzt kommt nochmal ein weiterer Aspekt hinzu, neben dem Wettbewerb auch die Preise im Blick zu behalten. Also wenn Kunden warten wollen, haben sie einen Mehrwert. Ist ein Preisvorteil ausschlaggebend zu warten? Wir haben mal eine Umfrage gesehen, denn was sind die größten Einflussfaktoren bei der Zufriedenheit bei der Bestellung? Und es ist definitiv die Einhaltung der Lieferzeiten ist wichtiger für die allermeisten als der exakte Preis. Natürlich ab einer gewissen Price-Range und dem Unterschied ist das auch wieder wichtiger. Aber seid da transparent. Ja, kommen wir zu Tipp 5,5. Und das ist natürlich auch nochmal mehr Performance für Google Shopping. Viele machen es. Für uns ist es auch schon der Standard, also ich wundere mich manchmal noch, dass einige kein CSS machen. Es ist einfach die Gelegenheit, Klickkosten zu sparen, das direkt wieder in Umsatz zu legen. Wir haben mittlerweile ein eigenes CSS-Portal. Wir sind seit Anfang an dabei, verwalten über 100 Millionen Produkte im Augenblick auf unserem Portal. All diese Vorteile, die Google hier abgegeben hat, diese berühmte Marge, die da einbehalten wird, geben wir an die Werbetreiber direkt weiter. Und ihr könnt das direkt einsetzen für mehr Reichweite zum gleichen Preis. Wir haben öfter mal die Frage gehört, ja, ist da irgendwie ein Risiko da für meine Performance? Also wir haben nun wirklich einen hohen dreistelligen Betrag an Kunden, 600, 700 Kunden umgestellt auf CSS. Es gibt da keine Performance-Einbrüche. Das geht wirklich ganz smooth weiter und ihr könnt das direkt in euren Kampagnen in mehr Reichweite investieren. Und es ist auch sehr kurzfristig umsetzbar. Also für alle, die immer noch auf normal Google Shopping werben, stellt um zu CSS. Es gibt viele Anbieter draußen, wir sind es auch. Und hier ist auf jeden Fall die Möglichkeit, einen Quick-Win umsetzen zu können. Bei dem einen oder anderen, der mehr wissen will, schaut mal da unten, css-partner.de, schreibt es euch auf, geht auf die Website und holt euch dann mehr Informationen. Und jeder, der noch einen extra Tipp haben möchte, kann sich den da abholen. Bis zum nächsten Mal.